Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Resident Evil 7 mit mir Big Mana. Wir sind hier stehen geblieben. Ehrlich gesagt weiß ich nicht wieso, weil wir sind jetzt genau da stehen geblieben wo wir auch herkommen hier waren wir ja hier sind wir hergekommen das verwirrt mich jetzt ein bisschen das verwirrt mich jetzt gerade echt ein bisschen aber da oben ist ein speicherpunkt da können wir eben mal einmal kurz speichern okay oh da ist die Batterie raus warte mal ist der Fahrstuhl unten ja ich kann wieder runter okay das heißt ich kann mich hier nochmal eben umschauen hier vielleicht etwas finde aber es sieht nicht so aus hier war ich aber noch nicht Pistolenmunition die kommt mir genau recht die brauche ich auf jeden fall aber mehr ist hier auch nicht das heißt ich muss wahrscheinlich wieder zurück warte mal lukas in dem party raum folgen der party raum der war im haus da gab es einen raum der hieß party raum meint der das vielleicht damit ich hoffe es jetzt mal aber gut gemacht muss ich sagen ich kann mich nur nicht erinnern dass ich hier so so viele gänge gelaufen bin wo ich hier hingekommen bin aber ich glaube es war gar nicht richtig sondern ich also es sieht auf jeden fall für mich so aus als ob ich wieder zurück muss sieht jetzt für mich so aus hier war ja nichts ne wie viele artikel münzen habe ich jetzt nochmal vier ich brauch vier für stabilisierer warte mal benutzen benutzen nachladerschönigkeit erhöht gut ich spreche nochmal ich muss jetzt ich muss jetzt ins haus wahrscheinlich schon wieder mal das dreht sich alles um dieses dumme haus ich muss ja da oben in dem party raum ich bin so angespannt ich bin so angespannt jetzt war das nicht der party raum freizeit raum Scheiße Traum, hatten die nicht einen Erwahrungsraum, vorwärts kann man sein, oh. Das kann ja nicht richtig sein, ne. Ne, ich bin hier auf jeden Fall falsch, aber ich kann hier nochmal nachgucken, genau, ich kann hier nochmal ein bisschen was nachgucken, Flintenmunition, siehst du, das sind alles so Sachen, aber hier musste ich auf jeden Fall nicht hin. Ihr habt ja gar keinen Partyraum, oder? Was geht das Zimmer? Ich hab keine Ahnung, wohin jetzt. Man muss ja doch irgendwo jetzt hier in der Partyraum, ja geil. Wo ist denn der Partyraum, das ist doch wahrscheinlich der Raum, wo... Ist für mich, es ist für mich jetzt gerade ein bisschen Banane, weil ich weiß nicht, was er jetzt von mir will. Ich glaube zu meinen, dass er möchte, dass ich in den Raum, wo der Clown ist, rein möchte. Das ist ja hier, dass ich da rein muss, aber ich brauch da einen Code für die Tür. Ah ne, warte mal. Ne, doch nicht. Muss einmal so. Da, 1, 4, 0, 8, 1, 4, 0, 8, muss ja auch drauf kommen können. 1, 4, 0, 8, ok. Jetzt hab ich's. 1, 4, 0, 8, Enter. Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Ehrlich? Der will echt, dass ich... Ah, super. Schönen Tag noch. Das kenne ich doch irgendwo her. Leck mich am Arsch. Ethan, Wortwahl, bitte. Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Aufziehschlüssel. Ich weiß ja, was ich machen muss. Der hat genau das gleiche Rätsel. Zuck, 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 zuck. Das Problem ist, das hatte ich doch jetzt alles schon. Das hatte ich doch jetzt alles schon. Oh, das hatte ich das. Hä? Das ist doch jetzt. Das ist doch jetzt. Ja, das ist genau wie das andere jetzt. Zack. Das. 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 Das ist doch jetzt... Oder meint der, ich hab das Rätsel nicht gesehen? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe das echt nicht. Das habe ich doch alle schon durch. Das. 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 Loser. So, danke. Jetzt gehe ich wieder zurück. Lalalalalala. Lalalalalala. Nee. Luuu. Na, er ist. Loser. Ja, das Ding. Hä, das... Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, was jetzt hier passiert. Ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Oh, tschüss. Missed, 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 missed! Missed! Sie sind tot. Okay. Ich habe aber da was noch gesehen Da muss ich gleich mal gucken Ich bin hier stehen geblieben Okay Wir machen es beim nächsten Mal wieder Bis denn